Hallo, während meiner diesjährigen Sommertour geht es mir um das Thema Nachhaltigkeit und besonders die Frage, wie wir Lipper dieses Thema natürlich auch leben. Begleiten Sie mich gerne auf meiner Tour, ob nun entweder persönlich bei den einzelnen Terminen oder zum Nachlesen auf meiner Homepage www.kerstin-vierecke.de slash Nachhaltigkeit. Ich freue mich auf Sie.